mann dat flackert wie versprochen heute ein kleines video zu meiner laserkiste ich wollte ein längeres video dazu machen ich wollte ein paar aufnahmen davon zeigen wie ich das ganze ding gebaut habe aber ich hatte es irgendwie so eilig es gibt ein paar aufnahmen vom anfang und dann keine mehr also es gibt einen zuschnitt glaube ich habe ich gefilmt und danach hört es auf deswegen gibt es einen kleinen einblick was es geworden ist für den laser das zeige ich euch heute und ja den bau halt nicht warum habe ich mir die kiste gebaut naja da drin steckt ein kleiner diodenlaser ein ort laser master 2 den seht ihr gleich immer die kiste mal aufmachen das ist ein dieser besagte ort laser master 2 und ist ein dioden laser und wie man sieht hier gibt es keinerlei schutzvorrichtungen für diesen laser was heißt wenn der laser lasert und das licht reflektiert kann es mich blenden dafür gibt es diese schönen stylischen grünen brillen aber die ist genauso made in china wie der laser da drin und wenn dann se siegel drauf wäre es garantiert gefälscht oder auch nicht ich vertraue ihr so semi deswegen lieber die kiste außen rum auch diese plastikdinger sind jetzt nicht das optimum oder laser steht ja wie man sieht nicht in der werkstatt sondern im zimmer nebenan da bin ich eigentlich nie also das erste haben wir schon gesehen die diode leuchtet natürlich darauf lasern nachher kurz mal einen kreis raus da sieht man auch wie das blendet und ja das ist nicht gut für die augen das ist eine das andere ist es steht natürlich unglaublich viel rauch weil wir ja holz verbrennen durch das licht das hatte ich früher in der werkstatt stehen das macht richtig lecker riecht nach verbranntem holz und ein bisschen lagerfeuer atmosphäre aber gesund ist es halt nicht im geschlossenen raum da kommen wir zum nächsten vorteil dieser kiste bei dieser kiste habe ich mir nämlich einen absaugventilator reingebaut und wenn man den jetzt verfolgt dann führt er in die wand dann führt er in die wand ja da habe ich einen alten kamin da war früher schon eine abluftanlage für eine pausmaschine für ein architekturbüro dran gibt es nicht mehr also kann ich da auch meine dreckige verrauchte luft raus pusten also was soll es ein weiterer punkt den dieser laser braucht damit er überhaupt schneiden kann weil eigentlich ist es ein gravurlaser ist zu luft und daran scheiden sich die geister wie viel man da machen soll und wie groß die pumpe sein muss ich habe mir eine aquariumpumpe geholt die 60 liter die minute schafft das ist recht viel hat mir aber auch derjenige empfohlen der mir die höhenverstellung für den laser empfohlen hat oder verkauft hat ich verlinke euch alles was ich hier drin verbaut habe einfach mal unten in der video beschreibung bis auf den ikea schrank ich weiß nicht was es war der laser hat hier eine höhenverstellung mit dem kann ich quasi die z-achse von oben nach unten bewegen und mich hier mit solchen klötzen kann ich mir eine immer gleichbleibende höhe einstellen bei der ich weiß was es tut und hier sieht man schon diesen schlauch der führt einmal auch durch diese wand das ist die zu luft die unten bei der linse raus kommt damit mehr luft für die verbrennung dort ist und hier unter diesem deckel der seitlich dran ist das eigentliche herzstück der ganzen anlage hier ist meine schaltzentrale mit schaltern ich kann hier separat das licht schalten ich kann den laser an und ausmachen hier ist die abluft das ist ein pc lüfter deswegen ist dort drin auch ein pc netzteil somit kann der laser leicht betrieben werden hat braucht zwei watt ist egal kann ich hier komfortabel an machen und man sieht und hört vielleicht auch ein bisschen er saugt sehr gut ab und dann ist hier noch die zu luft das ist diese aquarium pumpe hier unten die versorgt den ganzen laser mit luft so viel zur technischen ausstattung bei der ganzen kiste es funktioniert alles einwandfrei ich habe den laser jetzt schon mehrfach betrieben man hat es auch gesehen dass wir reingeschaut haben es ist auch schon was geschnitten da liegt schon pappelsperholz drin es funktioniert er braucht recht viele runden oder durchzuschneiden das ist einfach die bauart dieser dioden laser alles was schneller geht wären co2 laser die zukunft bringt vielleicht braucht man das irgendwann mal ganz dringend ja und das ist eigentlich schon diese ganze kiste und ihre ganze konstruktion was unter dem laser noch drin ist das ist eine fließe die bei uns beim sanieren übrig geblieben ist und drauf ein kleines draht geht da hat einfach den vorteil selbst wenn der laser mal stehen bleiben sollte was mir noch nie passiert ist also selbst wenn er stehen bleibt gibt die laser diode aus er ist mir noch nie mit brennender laser diode stehen geblieben aber selbst wenn er das tun würde dann brennt er ein halbwegs großes loch in dieses pappelsperholz und danach versucht eine fließe zu brennen da wird er lange zu kämpfen haben naja ich lese jetzt noch kurz was da machen wir kurze aufnahme von dann mache ich den deckel aus und weise mal auf dann schauen wir da kurz rein und dann wisst ihr was ich hier gebaut habe und warum ich es überhaupt gebaut habe und der ganze gag mit dem licht von vorhin das kann man gar nicht mehr anders kaufen glaube ich ja und während er hier jetzt fröhlich vor sich hin lasert und vielleicht noch viele laserstunden hat bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen danke fürs zuschauen schön dass er wieder reingeschaut hat auch wenn es heute ein sehr kurzes video geworden ist glaube ich und ich eigentlich auch noch etwas fertiges gezeigt habe aber ich habe es im vorletzten video versprochen dass ich kurz zeige was ich mir hier gebaut habe und was es ist was es kann was es nicht kann was kann es nicht keine ahnung ja das wollte ich zeigen ihr habt es gesehen wenn ihr kommentare fragen etc wie immer habt schreibt mir unten in die kommentare und ansonsten freue ich mich natürlich über den daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen und ganz wichtig die glocke weil wer weiß schon wann bei mir wieder das nächste video kommt bis dahin ciao